Es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich mache Startups und ich will die Exits haben. Ist nicht mein Ansatz, aber ist auch sehr fein. Es ist eher nur zu wissen, was möchte ich und was sind dann auch meine Erwartungshaltungen, weil sonst werden die nämlich enttäuscht. Gut, also nochmal von mir herzlich willkommen zum Business Angel Community Austausch hier auf der Community Bühne. Wir sind hier repräsentativ vertreten mit drei erfolgreichen Business Angels und das ist heute auch unser Thema. Mein Name ist Markus Schnell, ich bin im Kapitalbereich von Future Sachs für den Aufbau der Business Angel Community in Sachsen zuständig und freue mich deswegen ganz besonders über unsere hochkarätigen Gästinnen und Gäste heute hier. Und zum einen haben wir hier zu meiner Linken Katja Ruhnke. Sie ist Geschäftsführerin von CK Venture Capital aus Unterschleißheim. Sie ist Business Angel des Jahres 2023. Sie ist eine ehemalige bekannte Musical-Darstellerin, Kulturmanagerin, Familienunternehmerin und Investorin. Herzlich willkommen Katja. Wir können applaudieren. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Und direkt daneben Isabel Antolz, sie ist Geschäftsführerin der Innovation Angel UG aus Hamburg. Weiter Weg hinter dich gebracht. Sie ist Juristin und hat sich auf die Beratung von großen Unternehmen ursprünglich konzentriert. Besonders liegt ihr aber am Herzen, wie können kleine Unternehmen von großen lernen und dadurch ist sie zum Thema Business Angeling gekommen. Wie die weiteren Schritte war, das hören wir heute. Herzlich willkommen, ihr auch. Danke. Und der Dritte im Bund ist Markus Richter. Er ist Geschäftsführer der Happy & Fresh Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft in Dresden. Er hatte ein Unternehmen im IT-Bereich als Co-Founder, hat das dann erfolgreich verkauft. Und dann stellt sich ja die Frage, und was macht man jetzt damit? Und über einen Freund ist er dann zum Thema Business Angel UG gekommen. Also ein ganz anderer Weg. Herzlich willkommen, Markus Richter. Hallo, grüßt euch. Genau, in der nächsten halben Stunde, 25 Minuten, wollen wir also so ein bisschen aufdecken, wie Business Angel ticken und wie sie denken. Wie gehen sie bei Investmententscheidungen vor? Und was ist auch der Unterschied zwischen einem Business Angel und einem Venture Capital-Geber? Welche Learnings habt ihr natürlich in euren Beteiligungen gesammelt? Und das Publikum ist auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Also wenn es Fragen gibt, gerne mal kurz die Hand heben. Und wir versuchen, das dann einzubauen in der Kürze der Zeit. Natürlich ist es spannend. Wir haben gehört, ihr habt alle eine völlig andere Herangehensweise an das Thema Business Angel UG. Ganz anderen Background. Und jeder ist irgendwie bei dem Thema gelandet. Wie seid ihr denn jetzt zum Thema Investieren gekommen? Vielleicht, Katja, fängst du mal an. Also ich bin zum Thema Investieren wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich habe, wie gesagt, ich bin eigentlich vor allem gelernte Musical-Darstellerin. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Hatte dann Kulturmanagement studiert. Hatte dann eigene Unternehmen im Theaterbereich. Also habe Theaterstücke produziert. Und bin aber dann ins Familienunternehmen, wir kommen ursprünglich aus der Bau-Nebenbranche gelandet. Und eines Tages sagte ein sehr guter Freund von mir, der selber ein Start-up hat und ich wusste überhaupt nichts über Start-ups. Also ich habe die Höhle der Löwen gekannt und hatte sehr merkwürdige Vorstellungen darüber, wie so eine Investorin eigentlich sein sollte. Also ich habe gedacht, naja, so ein Home-Shopping-Kanal wäre ganz gut und auch vielleicht ein paar Kontakte in Silicon Valley und so ein C-Promi sein wäre auch nicht schlecht. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Voraussetzung, um in Start-ups zu investieren. Ist natürlich Quatsch gewesen, wusste ich aber nicht. Und mein Freund hat dann gesagt, du komm mal mit auf so eine Venture-Konferenz. Ich konnte nicht mal mit dem Namen Venture irgendwas anfangen. Und schau dir das mal an, da gibt es so unglaubliche Dinge, die du siehst. Und ich bin da dort hingegangen und habe gedacht, oh mein Gott, die Welt ist an mir vorbeigezogen. Hier passiert die Zukunft. Und ja, ein normal sterblicher Mensch, Unternehmer, kann in Start-ups investieren. Habe meine Schwester angerufen, habe gesagt, Conny, wir werden jetzt Business Angels. Das ist unser Ding. Meine Schwester ist da Gott sei Dank ähnlich gestrickt wie ich. Kam auf die nächste Konferenz mit und hat gesagt, ja super. Und dann haben wir die CK Venture gegründet, haben angefangen zu investieren, sehr schnell zu investieren, machen Impact-Investing zwischen Pre-Seed und Late-Seed. Und haben mittlerweile über 20 Start-ups in unserem Portfolio. Also ein wahnsinniger Ritt, kann man das nicht anders nennen, den du da hinter dich gebracht hast. Inspiriert von der Start-up-Branche. Das finde ich auch total schön. Also Innovation setzt Inspiration frei. Wie war es bei dir, Isabel? Bei mir kam es von der anderen Seite. Also ich habe im Thema Innovation gearbeitet, bei die Leute und habe die Fördermittelberatung dort geleitet. Und wir haben eigentlich eher immer die großen Unternehmen gehabt, die sich das leisten können. Und die waren auf der Suche nach kleinen Unternehmen, nach neuen Ideen, nach im Prinzip neuen Innovationen, die in einem großen Unternehmen ganz schwer zu kreieren sind. Und ich bin dann, habe die Seiten gewechselt, bin zu einem Mandanten gegangen, habe selbst mitgegründet, eine Tochtergesellschaft im Biotech-Bereich. Und habe gesagt, jetzt, wenn ich mir dieses ganze Netzwerk hier anschaue, dann gibt es gerade in dem MedTech-Biotech-Bereich wahnsinnig viel, was neu an Ideen nachkommt und an spannenden Unternehmen nachkommt. Und die zu verbinden mit den Großen war eigentlich mal so die erste initiale Idee. Und um da auch wirklich mit ranzugehen, brauchen die aber natürlich immer Kapital. Und so kam eigentlich eher die Idee, ich helfe denen irgendwie öffentliches Kapital zu kriegen, um an große Unternehmen vielleicht auch in einem Verbund, in einem Konsortium zusammenzukommen. und unterstütze dann gleichzeitig mit dem Eigenkapital, was erforderlich ist. Und so bin ich eigentlich auch durch Zufall mehr. Es war gar nicht der Ansatz, ich möchte Angel werden, sondern ich habe da einen zusätzlichen Need gesehen, um das dahin zu bringen oder die Unternehmen in die Lage zu versetzen, was mein Ziel war. Also wir lernen daraus, keiner ist gelernter Business Angel. Man kann auch quer einsteigen. Das ist sehr wichtig. Und so war es ja auch bei dir, Markus. Im Endeffekt schon, genau. Du hast ja schon gesagt, ich habe das IT-Unternehmen elf Jahre mit aufgebaut, war Co-Founder. Wir haben gebootstrapped. Damals gab es das Wort noch nicht. Heute nennt man es so. Und dann habe ich im Prinzip den Exit gemacht und dann ganz pragmatisch rangegangen. Okay, was machst du jetzt? Jetzt hast du ein bisschen Geld auf dem Konto. Du bist ein Netzwerker, du kennst viele Leute, du hast ein paar Skills. In einer Anstellung arbeiten willst du nicht. Und da habe ich dann im Prinzip die Beteiligungs-GmbH gegründet. Und heuer bin ich in neun Startups investiert, wobei drei schon den Sprung vom Startup zum etablierten Unternehmen geschafft haben oder schon länger im Markt sind. Zum Thema Erfolg kommen wir noch. Ihr habt jetzt schon eine kleine Trajektorie hinter euch, ein paar Jahre des Investierens, viele, viele, viele Geschäftsmodelle gesehen. Wenn ihr jetzt mit eurem aktuellen Wissen neu als Business Angel heute einsteigen würdet, was würdet ihr anders machen? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Also es kommt darauf an. Das ist jetzt eine typische Juristenantwort. Aber kein Startup ist ja gleich. Also jedes Startup ist anders aufgestellt und jedes hat auch einen anderen Need. Also vielleicht würde ich mir heute mehr oder nicht nur würde, sondern tue ich, ich nehme mir mehr Zeit, den konkreten Need zu verstehen. Und der liegt eben häufig nicht nur in Geld oder in Zugang, sondern vielleicht auch in Themen, die intern noch nicht abgedeckt sind, die auch noch heute gar nicht sehen, aber man aus der Perspektive, wo man schon Skalierungen mitgemacht hat, schon erkennen kann. Das wäre das eine. Und das zweite ist, dass ich durchaus auch flexibler geworden bin, was ich anfordere im Sinne von, dass das Reporting, bei manchen muss man überhaupt gar nichts machen und bei manchen braucht man wirklich ein engeres Reporting, weil man sonst vielleicht den Need verpasst zu dem Zeitpunkt. Danke. Ich würde gar nicht so viel anders machen. Also tatsächlich, wir haben so ein paar Anfängerfehler gemacht, so ein bisschen zu großes Ticket, im ersten Startup reingegeben und da nicht die richtigen, ganz richtigen Fragen gestellt. Aber das Startup heute closed seine Series A, deswegen alles gut. Also danke. Also es gibt es noch und es ist auch gut ausgegangen, aber trotzdem natürlich, haben wir ein paar Fehler gemacht. Tatsächlich, das Einzige, was ich wirklich nochmal, also aber das lernt man leider erst auf der Reise, ist eigentlich zu verstehen, wie diese Investitionsreise wirklich versteht. Nämlich auch zu verstehen, auf was schauen BCs, um Series A, sozusagen reife Startups, in was sie zu investieren. Und die haben ganz enge KPIs. Fängt schon an, dass der Cap Table nicht zu sehr verbessert sein darf, also dass die Gründer noch genug Anteile haben. Und solche Themen, das weiß man am Anfang einfach nicht. Und da denkt man sich erstmal, ja, ich gebe einem Unternehmen Geld, das hat eine gute Idee. Und eigentlich alle anderen, die wir in den Startups getroffen haben, die waren auch grundsätzlich richtig. Aber, dass man sozusagen auf dieser Investitionsreise, wenn man nicht Erfahrung damit hat, als First Founder und auch als sozusagen nicht so erfahrener Business Angel, dass man da tatsächlich Fehler machen kann, weil die so sehr, das sind einfach so Besonderheiten in diesem Markt, die man kennen sollte. Das tatsächlich, so war das Einzige, wo ich sage, aber das hat man, also es sind halt einfach auch Erfahrungswerte. Manche Sachen lernt man halt nur durch Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es da keine Abkürzung, sondern das ist wahrscheinlich Learning by Doing mit jedem Startup, mit jedem Kennenlernen, auch von VCs. Wie sehen die das? Worauf legen die Wert? Lernt man so ein bisschen dazu. Wie war das? Wie würdest du es beschreiben? Ja, also ich würde auf jeden Fall mir mehr Zeit nehmen für eine Due Diligence. Also das ist doch bei den ersten Investments zu schnell gewesen, auf jeden Fall. Da kommen dann natürlich nochmal ein paar Dinge raus. Dann würde ich das Team challengen noch ein bisschen mehr. Inwiefern? Naja, also wie gehen sie in Stresssituationen um und so weiter. Also da gibt es ja auch Coaches, die sich darauf spezialisiert haben. Die kann man damit dazunehmen. Klar, Fehler passieren. Auch wenn du rangehst, jetzt mache ich alles richtig, passieren Fehler. Das ist einfach so. Das ist ja auch kein Problem. Damit muss man ja umgehen. Und dann würde ich vielleicht noch schauen, dass die Co-Founder stimmiger sind. So vom Learning her. Inwiefern stimm ich jetzt von der Fachkompetenz oder persönlichen Kompetenz? Eher von der Fachkompetenz. Also ich würde schon schauen, dass man immer noch irgendwie jemanden mit an Bord hat, der das Thema nochmal spiegeln kann, sozusagen von seinen Skills, von seinem Know-how her. Das war auch nicht immer der Fall gewesen in der Vergangenheit, weil ich denke, dass da auch ein Marktzugang einfacher wird, weil er vielleicht ein Netzwerk dahinter liegen hat. Also das würde ich heute anders machen. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Also ich finde, wir haben jetzt bei allen von uns gehört, also man geht mit einer gewissen Naivität ran, weil man kann das eben nicht lernen. Und das ist, glaube ich, durchaus eine Sache. Auf der einen Seite ist das manchmal gut, also zum Beispiel, bei dir ist es gut ausgegangen, sind jetzt bei der Series A, auch wenn man vielleicht noch nicht so erfahren war. Aber ich glaube, wenn ich zurückgehen könnte, ist das Problem, dass man, wenn man anfängt, ja nicht unbedingt andere Business Angels kennt und nicht Leute, die das alles schon mal gemacht haben, dann bin der und einem helfen können. Ich glaube, da würde ich heute, ja man googelt und man findet beim Band natürlich auch viel, also Sachinformationen, aber es fehlt die Live-Informationen, also die im echten Leben. Und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel hier ja BAM gegründet in Mitteldeutschland. Erklär das mal kurz, was das ist. BAM ist der erste eigentlich privat gegründete Verein, wo sich Business Angels aus der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengeschlossen haben, um intern in den Austausch zu gehen, um sozusagen in einem Trusted Space zu sagen, wie ist es bei dir gelaufen, was ist auch mal nicht gelaufen und vielleicht auch mal zusammen zu investieren, wenn man gute Opportunities findet, aber vor allem eben offen darüber zu sprechen, was passiert da gerade, weil wir müssen ja nicht alle dieselben Fehler machen oder dieselben Lernkurven, sondern wir können von den Lernkurven der anderen profitieren. Und davon profitieren natürlich nachher auch die Start-ups, denn je professioneller und gestreamlined, in Anführungsstrichen, so wie die VCs das sehr gestreamlined machen, wir das angehen, desto besser sind auch die Erwartungshaltungen auf Seiten der Start-ups klar und wir machen es denen viel einfacher und für alle effizienter am Ende des Tages. Also würdest du überhaupt empfehlen, für einen Business Angel allein unterwegs zu sein beim Investieren? Also ich würde sagen, das kann man durchaus machen, weil die Investitionsentscheidung ist nachher eigentlich eine höchstpersönliche. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vorher, so wie du sagst, den Sparings-Partner brauche ich als Start-up intern, den Sparings-Partner brauche ich als Business-Partner, Business Angel eben auch und so würde ich es eher sehen. Als Sparings-Partner nicht unbedingt, dass man eine gemeinsame verpflichtende. Ja, das ist auch, also ich hatte das Glück, ich hatte Sparings-Partner und meine Schwester, das ist natürlich irgendwie eine Luxusvariante, aber ich rate das tatsächlich auch immer, ich mache ja auch Vorträge in einigen der Academies, zu sagen, sucht man sich einen Sparings-Partner und vor allem, also Business Angel sein heißt Netzwerken, weil das ist überhaupt der größte Wert, den man den Start-ups überhaupt mitbringt. Ja, in einigen Fällen ist es auch Fachkompetenz und Hilfe bei bestimmten Fragestellungen im Unternehmen, das ist klar, aber Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk zählt, weil diese Finanzierungsrunden, das ist da, wo die Leute auch wirklich federn lassen, was am allerschwierigsten ist und in der Regel und da brauchen sie einfach wahnsinnig viel Support. Vielleicht nochmal zum Thema Netzwerk, auch gut für alle zu wissen, für alle Investierenden, für alle Business Angels, es gibt ja die Möglichkeit beim Band Business Angel Netzwerk Deutschland sich jede Menge Netzwerk zu holen, sich weiterzubilden. Wir haben die Möglichkeit bei Future Sachs für Neueinsteiger das Business Angel Growth Programm, quasi richtet sich an Unternehmer, die gerade werdende Business Angels sind, eben die ersten Mini-Schritte machen. Wir haben BAM jetzt neu in der Region, die, glaube ich, sehr unterstützend sind und sich sehr dafür sind, wenn Unternehmer Business Angel werden wollen oder sich dafür interessieren, auch damit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte in Sachsen und darüber hinaus, die Investierende oder die an dem Thema interessiert sind, nutzen können. Kann ich euch nur allen Mut machen, macht das und natürlich sucht auch den Austausch mit mitgestandenen Business Angels. Man kann nur dazulernen. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Du hast das vorhin schon so ein bisschen angerissen. Es gibt auch tatsächlich immer mal Situationen, oder Cases, die nicht ganz so gut laufen. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen? Hat das jeder von euch schon mal erlebt? Welche Situation hat euch so ein bisschen oder sehr starke Bauchschmerzen bereitet? Vielleicht mal Markus. Soll ich jetzt mal anfangen? Ja, also ich glaube, die Situation hat jeder von uns gehabt. Also es ist auch kein Geheimnis, gehört wie gesagt dazu. Was kann passieren? Also klar, man hat irgendwie am Markt vorbei was entwickelt, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung und findet nun keine Kunden. Da ist natürlich ein Problem, wenn du keine Revenue-Stream sozusagen erzeugst und dann in eine Finanzierungsrunde gehst, wird es schwer. Dann das Thema nachgelagerte Finanzierung. Das sollte man auch schon frühzeitig auf dem Schirm haben. Was meinst du damit? Es gibt ja so die typischen Phasen, die ein Startup durchläuft, Pre-Seed, Seed, Series A und so weiter und wenn ich in einer Seed bin und was weiß ich, 150.000 Euro einnehme und habe eine Burnrate von 30.000 im Monat, dann muss ich ja schon irgendwie gucken, dass im sechsten, siebten Monat eine Folgefinanzierung stattfinden muss. Also das fehlt dann auch häufig, die Weitsicht sozusagen und dann können natürlich auch menschliche Schicksale passieren. Also davor ist auch niemand gefeit, sei es Krankheit oder irgendwas auch passiert. Bis hin auch zu einer Insolvenz dann am Ende des Tages, weil man sich eben im Team und im Markt getäuscht hat. Hat das die Frage beantwortet? Ja, sehr gut. Ich überlege jetzt bloß gerade weiter, wann würdet ihr sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man eine Notbremse ziehen muss? Ist es euch leicht gefallen, wenn ihr so ein Erlebnis schon mal hattet? Ich setze nochmal nach. Also man hat ja schon irgendwie Absprachezyklen mit den Gründern, sei es ein Weekly, sei es ein monatlicher Showfix oder irgendwas. Und da muss man sich natürlich auch Zahlen präsentieren lassen. Und gut, als ordentlicher Unternehmer fällt man dann schon mal über eine BWA und wenn dann vielleicht dort bei den Einnahmen zu wenig steht, muss man halt agieren. Da muss man Vertrieb hochfahren, Netzwerk hochfahren, was auch immer die Möglichkeiten sind. also im Kontakt stehen mit dem Unternehmen, mit den Gründern. Das ist wichtig. Was waren so eure Gegenmaßnahmen, wenn euch so eine schwere Situation getroffen hat? Also ich muss erstmal vorausschicken, wir haben wirklich großartige Gründerinnen und Gründer im Portfolio und wir haben mit wirklich allen ein ganz tolles Verhältnis und natürlich, Sachen funktionieren nicht, das ist part of the business. Sachen, es gibt auch mal eine Insolvenz, das muss man einfach einrechnen. Wir sind tatsächlich nur einmal wirklich menschlich so richtig reingefallen. Da ist uns tatsächlich so, sagen wir mal, das Gründerteam erst auseinandergebrochen, dann wurde jemand anders reingeholt, so ein bisschen gegen unseren Willen und dann ist wirklich so eine Brainwash-Nummer rausgekommen und dann war mit dem Gründer, der auch ursprünglich die Idee hatte, nicht mehr zu arbeiten. Also es war wirklich dramatisch und da haben wir dann auch gar nicht so schnell die Notbremse ziehen können, weil das ging in einer tatsächlich relativ rasanten Entwicklung, das war noch so ein bisschen über den Jahreswechsel, wo dann eh schon nicht so richtig greifbar ist jeder und das war natürlich vor allem auch menschlich sehr enttäuschend, weil ich preise schon ein, dass Sachen nicht funktionieren. Pre-Seed-Investments, das sind einfach oft auch Ideen, da gibt es vielleicht so einen Prototypen, aber da gibt es noch gar keinen Markteintritt. Aber wenn man sozusagen sich menschlich täuscht, das schmerzt eigentlich für mich am meisten, weil das alles andere ist part of the game, wenn sozusagen die Erwartungen da enttäuscht werden, ja, das fand ich schwierig, aber ich muss auch wiederum eben sagen, der Rest unseres Gründerteams, die machen alle einen großartigen Job und die sind menschlich, alle super und die fighten, was das Zeug hält. Und Fehler passieren sowieso, also die passieren uns, die passieren denen, davon ist keiner gefeit. Du beschreibst jetzt, also es hört sich so an, als ob du sehr nah am Tagesgeschäft bei den Startups dabei bist, ist das der Fall? Ja, also manchmal bin ich ganz nah dran, manchmal bin ich auch etwas weiter weg, je nachdem, wer auch sonst noch mit investiert ist, welche Phase es ist, welche Needs ist, ist ja auch nicht immer gleich. Das ist ja, wir sind in so unterschiedlichen Branchen, dass das schon sehr, sehr unterschiedlich ist bei uns. Und ich würde auch nicht sagen, ich bin so sehr am Tagesgeschäft dran, aber ich bin sehr nah an den Gründern persönlich dran. Also ich sage zu denen auch immer, ihr könnt mich anrufen, Tag und Nacht, weil wenn ihr mich um 12 Uhr nachts anruft, dann weiß ich, dass die Hütte brennt und dann braucht ihr auch Unterstützung und dann bin ich auch da. Und das ist tatsächlich eher dieses, ich bin einfach persönlich sehr da dran, weil das ist nicht nur, weil ich sage, ich bin ein Menschenfreund, was ich bin, sondern auch, weil ich weiß, das ist meine Risikoabsicherung. Nur wenn ich wirklich sofort weiß, wenn was los ist, also Gründer und Gründerinnen haben die oft die Angst, sich Investoren zu sagen, oh Gott, den darf ich nicht präsentieren, keine schlechten Zahlen, aber ich habe doch den das versprochen, jetzt müssen wir das wieder anpassen. So, und ich sage immer, egal was er mir sagt, aber sag es mir als Erste. So, und da gehört natürlich dazu, dass man ein großes Vertrauensverhältnis aufbaut und auch sagt, ihr könnt mir das auch sagen und ich sage nicht einfach, mein Gott, du Depp, ich, so, und genau, und das ist tatsächlich, das ist für mich tatsächlich die größte Risikoabsicherung, die ich persönlich machen kann. Das zeigt ja dein sehr hohes Commitment und zieht vielleicht auch den Zahn all denjenigen, die denken, Business Angels sind ja eigentlich nur zum Geld geben da. Ich glaube, ihr steht alle dafür mit eurem guten Namen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ihr wirklich alles und viel von euch reingebt, was Netzwerk, was Know-how, was Zeit ist. Hilft natürlich auch den Menschen, die überlegen zu investieren, das ist eben nicht nur, ich hau mal 50.000 Euro rein und dann good luck with that, sondern man muss wirklich, man muss wirklich nah dran sein. Seid ihr, ist das bei euch auch so, seid ihr auch sehr nah am Gründer, an der gründenden Person dran? Also auch da hängt das ja immer so ein bisschen davon ab, wie nah lassen die einen auch ran und wie hat man auch das Gefühl, einen Beitrag leisten zu können. Im Tagesgeschäft, also ich sehe mich eher sozusagen als Coach an der Seitenlinie, wenn irgendwas ist und ich arbeite nicht operativ mit in irgendeiner Weise. Also das ist erstmal schon eine klare Abgrenzung. Die Frage ist dann aber, also das hat sozusagen zwei Seiten. Also die anderen müssen einen nicht nur auch lassen, sondern die anderen müssen auch bereit sein, wie du sagst, ich möchte kein Laientheater vorgespielt bekommen. Also ich muss ja für meine Risikoabwägung schon wissen, was passiert da. Und um nochmal zu deinem Thema zu kommen mit dem Steckerziehen, das hat ja einen Grund, warum zahlen, also warum möchten die gut aussehen vor uns, weil die natürlich gerne noch mehr Geld haben möchten und auf keinen Fall möchten, dass jemand den Stecker zieht. Das liegt ja in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite ist es aber dieses Steckerziehen in ganz vielen Phasen überhaupt gar nicht möglich. Also weil, also ich meine, es ist immer die Frage, du hast ja noch eine Hoffnung, also mit dem Geld, was du jetzt gegeben hast, dass da noch etwas draus wird. Also den Steckerziehen tust du ja eigentlich, wenn sie das nächste Mal nach Geld fragen. Und ansonsten kann ich überlegen, wie ich mich persönlich engagiere, sowohl emotional als auch fachlich. Da kann man sich dann ein bisschen rausziehen. Aber in der Regel kannst du nicht ohne weiteres sagen, also heute finde ich es doof. Also wenn du aus wichtigem Grund kannst du kündigen und kannst vielleicht auch da wieder was rausziehen, aber den wichtigen Grund, den hast du ja in der Regel nicht. Und ja, also Insolvenzen gibt es, wobei ich, also jetzt zum Beispiel in dem ersten Fall, wo es schiefgegangen ist, es mir ganz wichtig war, dass es nicht in die Insolvenz gegangen ist. Also wir liquidieren die Firma so. Weil da hängen eben auch die Geschäftsführer dran, die hängen auch mit einem Ruf dran und die sind auch noch anders beruflich unterwegs und für die war das schon wichtig. Für die wäre das ein Makel gewesen. Und auch die zu begleiten, zu sagen, wie kann man eine vernünftige Liquidation machen und ja, die kostet noch ein bisschen Geld, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Geld da, zu sagen, dafür kann dieses Geld auch verwendet werden. Das kann eben auch eine Form von Stecker ziehen, würde ich nicht sagen, sondern eine gemeinsame, glatte, saubere Beendigung sein. Also ich sehe schon, dass Business Angels schon sehr daran interessiert sind, von allen Seiten zu unterstützen, zu helfen, um eine Weiterfortführung oder überhaupt eine gute Fortführung des Geschäfts umzusetzen. Ich hatte noch eine andere Frage, die jetzt aufgekommen ist. Es kann ja sein, dass man im Verlauf des ersten Jahres, zweiten Jahres merkt, persönlich, das geht irgendwie nicht. Man hat alles versucht, aber es passt irgendwie nicht, obwohl das Geschäft vielleicht läuft. Was für eine Möglichkeit haben Business Angels, bevor es jetzt die nächste Runde, sag ich mal, die nächste Höhe-Runde geht und jetzt ein VC vielleicht reingenommen werden kann, um auszusteigen, um vielleicht ihre Anteile zu verkaufen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Gibt es sowas? Also ich habe es noch nicht erlebt, aber fairerweise, ich wollte auch noch nie aussteigen. Der Secondary-Markt, das ist natürlich schwierig bei uns in Deutschland. nach wie vor, es gibt jetzt so ein paar Bemühungen auch vom Band, sozusagen da so einen Markt zu etablieren. Wäre auch wichtig, dass man damit man auch sozusagen, auch egal, ob man da jetzt aussteigen will oder nicht, aus persönlichen Gründen, sondern an sich, weil man einfach sagt, ich würde das Geld gerne wieder vielleicht in ein nächstes Start-up stecken und Co. Also weil es geht ja nur über Secondaries, weil du kommst sonst nicht raus in der Regel. Also das ist eigentlich das Thema, du musst deine Anteile verkaufen. und ich kenne zwar einige andere Investoren, die jetzt auch in den runden Secondaries machen und meistens ist es aber auch nicht, dass man da böse auseinandergegangen ist, sondern sagt, okay, passt jetzt nicht mehr und dann ist es okay, aber es ist schon noch nicht so ganz leicht, es wäre schöner, wenn wir da mehr Möglichkeiten hätten. Okay. Und Thema dann Wachstum, ich meine, wenn alles gut geht, dann wächst das Start-up und gedeiht, entwickelt sich weiter, heißt im Normalfall aber auch, dass neues Kapital reingenommen werden muss. Irgendwann sagt dann der Business Angel, okay, die neue Runde ist mir ein bisschen zu hoch oder will man von Anfang an nicht mitgehen, dann kommt klassischerweise ein VC ins Spiel. Wie geht ihr damit um? Seid ihr offen für VCs? Ratet ihr euren Start-ups zum Thema VC-Engagement? Ist das für jedes Start-up was? Wäre da so jetzt euer Ratschlag an Start-ups? Also ich würde sagen, das ist ja am Ende des Tages das Game. Man tritt ja an, um irgendeine Idee oder eine Leistung zu platzieren. Und ich frage auch immer, wenn ich in Start-ups investiere, was meistens in der frühen Phase ist, habt ihr Bock auf den Exit? Also das muss man ja vorher schon irgendwo abklopfen und da kommt eigentlich fast immer ja. Deswegen würde ich sagen, dass das im Prinzip Teil des Ganzen ist und deswegen stehe ich dem natürlich auf dem Gegenüber. Also absolut. Aber ich habe auch noch nicht erlebt, dass ich Anteile abgegeben habe oder verkauft habe. Wir sind da gerade an ein paar Themen dran. Aber das bleibt spannend. Also wenn ich da einmal einhaken darf, das ist bei mir zum Beispiel anders. Also ich finde gar nicht so sehr, dass der Exit das Ziel der Gründer sein sollte. Also ich habe eine, also ich finde das häufig, heutzutage ganz im Gegenteil, viel zu häufig gegründet nur für den Exit wird. Und häufig sind diese Business-Modelle genau auch nur bis dahin angelegt und dementsprechend auch manchmal nicht zu Ende gedacht. Also ich finde es mindestens genauso interessant, wenn ein Unternehmen das Ziel hat, sich zu etablieren. Also wirklich als ein etablierendes Unternehmen, ob das in eigener, sozusagen ob das nachher eigene Produkte sind oder wieder Zulieferungen für andere Produkte, für dann größere Unternehmen, um Skaleneffekte vielleicht nochmal anders hinzubekommen. Aber die Exit-Perspektive ist etwas, wo ich eher skeptisch bin. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist zu sehr auf Exit gedrängt, dann bin ich eher vorsichtig, als dass es mich überzeugt. Naja, wir gehen da ja nicht im Schweinsgalopp durch und sagen, in drei Jahren ist da ein Exit. Musst du auch unterscheiden, will das Startup ein Exit oder willst du persönlich ein Exit? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich habe dich so verstanden, dass du das Startup fragst, ob die einen Exit wollen. Ja, also das muss man ja schon mal abklopfen. Also ich habe auch nichts gegen eine Cash-Cow, die läuft und funktioniert. Da bin ich der Letzte, der verkaufen will. Genau, also ich bin auch eher hier, bei uns ist das total unterschiedlich. Wir haben VC-Cases, ganz klar angelegte VC-Cases und wir haben, weil wir auch Impact-Investment-Startups haben, auch Sachen, wo ich sage, ob das überhaupt ein VC-Case ist, ist fraglich. Ist dann eher was für große Family-Offices und Co., weil es einfach ein bisschen einen längeren Atem braucht als der klassische 10 plus 2 Case. Eines VC, der seine Laufzeiten ja auch immer beachten muss. Also wir sind da sehr offen, wir arbeiten mit vielen VCs zusammen. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, ja. Also meine Erfahrungen mit VCs sind extrem unterschiedlich. Tatsächlich aber zum Beispiel einer unserer ersten Startups, einer der ersten Gründer, den wir investiert haben, der hat zu mir auch gesagt, also ich sage es gleich, wir sind kein Exit-Case. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn wir in 30 Jahren noch hier sitzen und du bist ein super erfolgreiches Unternehmen, go for it. Also da komme ich eher aus sozusagen dem eigenen Unternehmertum, das einfach auch bei uns auf Generationen, wir sind vierte Generation Unternehmerfamilie, angelegt ist. Also wir haben das Thema Exit, habe ich übrigens auch das erste Mal, das Wort habe ich überhaupt das erste Mal richtig gehört in der Startup-Szene, weil das so gar nicht in unserem unternehmerischen Denken war. Genau, also in dieser Form des Exits vorher natürlich schon. Und genau, also deswegen, ich glaube, das geht eher darum, dass man sich selbst das Startup und ob die eigenen Vorstellungen für dieses Unternehmen und der Investition übereinander liegen. Ob der eine sagt, wir wollen aber sofort einen Exit machen und wir sagen, nee, wir wollen aber eher, sind dich eher als langfristiges Unternehmen, dann matcht das nicht. Sondern man muss sagen, okay, liegen da unsere Vorstellungen übereinander und passt das? Und das ist meiner Meinung nach, kann von Startup zu Startup unterschiedlich sein und man muss sich erst mal selber fragen, was möchte ich denn? Es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich mache Startups und ich will die Exits haben. Ist nicht mein Ansatz, aber ist auch sehr fein. Das ist eher nur zu wissen, was möchte ich und was sind dann auch meine Erwartungshaltungen, weil sonst werden die nämlich enttäuscht. Genau, also das Thema Erwartungsmanagement, glaube ich, ist ein ganz wichtiges zwischen Startups und zwischen Angels und natürlich auch für den Investor selber muss natürlich klar sein, wo will ich hin, was ist ein No-Go, was will ich, ich kenne auch Angels, die sind durchaus nur Exit getrieben oder wollen das als einziges Ziel und wollen überhaupt nicht irgendwie die Unternehmen 20, 30 Jahre lang begleiten, was auch total okay ist. Aber ich glaube, das Wichtige und der Schlüssel ist, dass man von Anfang an eben klar kommuniziert, was man als Unternehmer will, also als Startup will und was man andererseits als Investor will oder was man auch nicht möchte. Wir nähern uns auf die Zielgerade an und jetzt wäre noch mal die Möglichkeit fürs Publikum ein oder zwei Fragen reinzuwerfen und dann nehmen wir gleich mal den Herrn in Weiß. Ich wollte wissen, wie wichtig euch der Standort beim Investieren ist, ob ihr gerne habt, dass die Startups in derselben Stadt sind. Die Frage ist, ob der Standort des Startups eine Rolle spielt für das Investment. Für uns überhaupt nicht. Wir haben auch ein Startup in Amerika. Zugegebenermaßen sind wir da nicht so nah dran. Aber für uns ist es, wir sind zwar sehr froh, wenn wir die Gründer und Gründerinnen oft persönlich treffen, aber ich bin ja auch ein bisschen unterwegs, gerade in Deutschland, öfters mal, so wie hier jetzt. Also das ist für uns auf jeden Fall kein Entscheidungskriterium. Ich bin froh, wenn es nah ist, weil ich die dann öfters sehe, aber es muss überhaupt nicht sein. Es kommt bei mir in der Liste von, warum ich investiere, sehr, sehr weit unten. Isabelle? Also mir ist es auch, ehrlich gesagt, egal. Egal im Sinne von für mich. Wichtig finde ich aber, den Standort sehr wohl des Unternehmens, nämlich wie ist es da eingebettet in ein Ökosystem, was sich gegenseitig befruchtet. Und wenn das völlig autark irgendwo ist und das Ökosystem ist aber woanders, dann wäre ich skeptisch. Also mir ist es eigentlich auch egal, muss ich sagen. Witzigerweise sind trotzdem 95 Prozent meiner Startups aus Dresden. Eins aus Köln, kann man ja mal sagen. Aber grundlegend ist das kein hartes Entscheidungskriterium. Gut, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt aber noch eine Sache gar nicht geklärt. Was sind denn jetzt eure Top 3 Learnings? Und damit würden wir dann auch schließen. Jetzt eure Chance, kurz so knackig. Müssen es drei sein? Also ich würde mal die wichtigsten zusammenfassen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viele es sind. Also eins, eine Red Flag für mich ist Bottleneck. Also wenn im Gründerteam gerade häufig der CEO oder CTO, wenn die das Bottleneck sind, wenn die nämlich keinen Sparingspartner haben, wenn die eben auch alles, vieles in deren Kopf nur ist. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist auch ganz schwer, je nachdem, wann man reinkommt, wieder umzudrehen, wenn das nicht von der Kultur angegeben ist. Da bin ich auch beim zweiten, Unternehmenskultur. Das merkt man ganz früh, ob einer angelegt ist oder nicht oder ob es eine positive oder eine negative ist. Wir haben alle das Problem und laufen noch weiter in das Problem Fachkräftemangel rein. Also wenn ich schon irgendwo reinkomme und habe Beklemmung als potenzieller Mitarbeiter, dann halte ich das Unternehmen nicht für wachstumsfähig und damit auch nicht für erfolgreich. Und das Dritte ist, ich würde, wenn die mir das Geschäftsmodell und die Technologie nicht erklären können, so, dass ich sie verstehen kann, dann mache ich das auch nicht. Danke. Ja, also bei mir so, ich bin relativ schnell begeisterungsfähig und da muss ich halt an mir arbeiten, dass da nicht irgendwie ein schönes Pitch-Deck mich dann doch wieder überzeugt zu investieren. Also mich besser zu hinterfragen, auch in Richtung Marktforschung zu gehen, hat man ja schon gesagt, Due Diligence, alles was damit zusammenhängt, das würde ich auf jeden Fall etwas ausufernder betreiben und im Prozess mehr protokollieren und dokumentieren, weil das kommt meistens auch zu kurz in den Meetings und dann weißt du auch nicht mehr nach einem Jahr, ach, was haben wir denn gesagt? Also das würde ich auch irgendwie mir mehr auf die Fahne schreiben. Sehr wichtiger Punkt, danke. Genau, also mein Thema ist und das war es immer schon und ich finde, das bearbeitet sich auch, ist das Thema Team, Team, Team. Also ich schaue mir genau, wir machen eine Due Diligence, also Tech und Legal DGs lagere ich in der Regel aus, wir machen ja meistens Co-Investments, ganz selten gehen wir mal ein Lead, aber das lagere ich aus. Was wir uns anschauen, ist immer die Person, in die ich investiere und das ist für mich auch einfach ausschlaggebend und da gucken wir richtig viel rein, sprechen richtig viel mit den Gründerinnen und Gründern, sprechen mit den anderen Investoren, auch ganz wichtig, guck dir auch an, wer da schon drin sitzt, weil das kann dir auch so ein Unternehmen zum Fall bringen und es ist ein People's Business, also das Geschäftsmodell erändern sich, es gibt Pivots, es ist einfach, es gibt so viel, was da irgendwie passieren kann, aber das muss, die Menschen müssen das mitmachen können und deswegen ist das wirklich meine These am Anfang gewesen, die sich immer mehr und mehr auch bestätigt hat und verfestigt hat und das ist eigentlich im Grunde jeder gute Investor, mit dem du sprichst, sagst, in den Frühphasen, das ändert sich ja später, sagt, entscheidend ist einfach das Gründerteam und auch wirklich einfach zu sagen, Startup Investments ist ein Netzwerk-Business, umso besser du vernetzt bist, egal ob du Gründer bist oder Investor bist, umso besser ist es für alle und deswegen, da muss man auch richtig viel Energie reinstecken, also einfach nur zu sagen, ach, ich investiere jetzt mal ein bisschen in Startup und das wird dann schon laufen und dann spreche ich zweimal mit denen und dann ist das super, das reicht nicht, also nicht, um das auch risikomäßig abzusichern, sondern wirklich zu sagen, man muss, wenn man das von der Risikobetragung her sieht, muss man schon auch mit da selbst Zeit auch reingehen und Arbeit reingehen und die entsprechenden Netzwerke bauen und dann bringt man auch den Mehrwert. Und das Thema Netzwerk ist ja genau unser Thema heute, wir sind auf der Innovationskonferenz, also kann ich nur an euch geben, alle, die hier versammelt seid, nutzt die Chance, kommt ins Gespräch in Austausch miteinander mit den Business Angels, sie sind da, sie sind begeistert und sie stehen euch mit Frage und Rat und Tat zur Seite, also nutzt diese Möglichkeit, so viel kondensiertes Wissen und Charme werdet ihr so schnell nicht mehr wiederfinden, dann mach mal den letzten Aufschlag und dann bin ich den Sack zu. Darf ich noch einmal ganz kurz, mir ist mir noch was eingefallen, das ist ganz wichtig, was wir tatsächlich, was wir investieren, nämlich auch zum Thema Team, wir brauchen einen Menschenfänger im Startup, das heißt, einer der Gründer oder Gründerin muss ein echter Menschenfänger sein, sonst funktioniert es nicht, weil wenn du nämlich ein super Forschungsteam hast, die aber leider keine Kunden, Mitarbeiter und Investoren begeistern können, dann ist man da raus aus dem Game und das ist tatsächlich eine, also einer muss das haben, müssen nicht alle natürlich haben im Team, aber einer muss sagen, der vorne steht und hier die Begeisterung für die eigene Vision und das Unternehmen nach außen trägt. Das ist tatsächlich, habe ich festgestellt, es war auch immer eine Annahme, aber die ist auch wirklich entscheidend. Liebe Katja, liebe Isabel, lieber Markus, herzlichen, herzlichen Dank für euren Input und für diesen tiefen Einblick ins Business Angel sein. Herzlichen Dank. Danke. Danke.